so moin moin leute kern hier und willkommen zurück zu minecraft und ja es geht jetzt mal hier wieder weiter wir haben ja letztens diese farm hier gebaut die jetzt noch nicht die möglichkeit hatte zu wachsen weil ich auch direkt ausgemacht habe aber ich denke mal heute werden wir das erste mal farmen können auch wenn wirklich schon das bisschen da ist weil unsere ganzen samen verloren haben wird sehr sehr ärgerlich ist hier wachsen übrigens gerade sehr große bäume die können wir dann abholzen wenn wir sie mal benötigen aber heute geht es mal wieder ein bisschen weiter an dem lager wo wir schon ein bisschen länger nicht mehr gebaut haben vielleicht kann man vielleicht ein bisschen clean mitnehmen so die nehmen wir mal eben mit die brauchen wir eh gleich und ja wie gesagt wir bauen heute das lager hier ein bisschen weiter das ist auf jeden fall noch relativ viel was wir da machen müssen also da haben wir noch alle hände voll zu tun kann ich euch direkt sagen ich würde mal sagen wir bauen uns jetzt einfach weiter runter die höhle haben wir ja komplett erkundet und ich will bis auf höhe elf oder so ungefähr also elf irgendwie sowas darum das würde ich schon ganz gerne erreichen so hier dürfte noch keine monster mehr spawnen ganz sicher bin ich mir dabei aber nicht so fucking hätten wir vielleicht ein paar mehr mitholen jetzt so im nah hinein aber ja ich habe mal wieder nicht mitgedacht ist ja meine große stärke irgendwie ich komme mir so verplant rüber das stimmt aber halt nicht ehrlich gesagt auch so fackel hier hin wir haben ja gleich erreicht vor allem kriegen wir jetzt hier richtig viel cobble stone hat es auf jeden fall sehr sehr nah ist so war das richtig ja so wie gesagt so lange soll das jetzt eigentlich gar nicht mehr dauern ich hoffe hier kommt jetzt keine andere höhle rein das wäre natürlich auch doof weil wir haben noch keinen ausgang gefunden und meistens sind diese höhlen unterörtig verknüpfen miteinander zumindest habe ich solche erfahrungen gemacht und ja die parts sind jetzt alle hochgeladen von der weizenfarbe oder größtenteils also da fehlen vielleicht noch drei vier parts dann ist alles da hochgeladen was die weizenfarbe angeht und da haben sich ja echt einige einen abgelacht wie ich da gefällt habe ich muss sagen ich habe auch selber manchmal gedacht wo ich das ganze beschrieben habe also ich habe da echt schon ein bisschen rum gefällt aber ich finde das ist irgendwie lustig und das macht auch irgendwie wie ein lp aus soll ja auch lustig sein und nicht immer so strikt nach einem plan ich meine das sind die wenigsten lps und das finde ich auch gut so so dann müssen wir jetzt hier hubsen kommt da oben sind die treppen bin froh wenn ich die ja mitholen kann so jetzt muss ich nicht mehr wie ein bekloppter kuh drücken hat schon mal ein vorteil ist ja schon mal was so hier der raum war auch noch nicht fertig eieiei wir haben ja noch richtig viel zu tun so wir machen das erst mal eine neue spitzhacke würde ich sagen das ist sicher nicht verkehrt wo haben wir jetzt eisen dort ich kann mich doch immer mit dem eigenen lager aus das ist richtig schlimm so eisen zurück und dann brauchen wir noch zwei sticks die haben wir ja dann können wir dann eben ein bisschen holz mit runter holen dann können wir die decke da fertig bauen so bauen wir jetzt eben die spitzhacke so holz kann jetzt mal hier anstelle vom kabbelstern hin und ich hoffe das war jetzt das richtige holz ja war es auch das wäre jetzt auch noch gewesen hätte ich jetzt nochmal das holz verwechselt miteinander und dann bauen wir dort unten weiter sollte eigentlich wie gesagt ratzfatz gehen aber was habe ich denn hier für ein scheiß gebaut so soll ja alles richtig sein direkt will jetzt hier ungern drei viermal anfangen das soll schon passen so und dann noch hier und sollte die decke nicht angepasst sein genau so die bisschen kohle da können wir noch mitnehmen ich hab grad irgendwie ultra gefühl dass er hinter mir ein creeper ich weiß nicht warum aber ich hab so das gefühl hui lieber mal umgucken wenn man so ein gefühl hat man kann ja nie wissen man kann ja nie wissen ne wieso ich wollte jetzt kann grad sagen backt itunes ein bisschen weil kein neuer musiktitel gekommen ist und irritiert dann immer ein bisschen ne sie scheint kein creeper dort zu sein zum glück ey zum glück wahrscheinlich genau in dem moment wo ich sage kommt dann in ecke so welche wir haben wir jetzt hier so 26 27 ne genau das geht ja schon das geht ja schon so ich reiß jetzt hier direkt mehr ein wie weit ich müssen damit die decke direkt passt kann man eben eine kleine eine kleine fackel platzieren jetzt ist mir fast wort nicht mehr eingefallen so höhe 25 wir kommen hier voran dauert natürlich alles ein bisschen ist schon klar aber es wird sich lohnen leute es wird sich lohnen vor allem kriegen wir hier auch richtig viel stein damit können wir dann die nächste weizenfarm bauen also ne keine weizenfarm sondern kartoffeln und möhrenfarm habe ich noch geplant auch wenn wir noch bis jetzt keine möhre gefunden haben deshalb hat er doch noch ein bisschen zeit so ich glaube möhren werde ich auch nur eine etage machen dann noch eine etage nederwarzen und die andere etage soll dann karotten karotten sondern kartoffeln werden ich habe gehört die sollen sehr effizient sein also soll sich lohnen sowas zu bauen so ich kürze jetzt mal hier eben ein bisschen die arbeiten ab und lass die decke mal decke sein wollen wir zuerst oh da ist irgendwo lava ach du nee nee das können wir jetzt überhaupt nicht gebrauchen wobei eigentlich doch eigentlich ist das ganz so verkehrt weil wir brauchen noch lava so dann baue ich jetzt mal eben ein bisschen vorsichtiger ab man weiß ja nie was unter einem ist kann man ja nicht wissen so schauen wir mal hab jetzt mal einfach schnell hier runter ich glaube ich höre auch schon gerade lava kann das sein ich bin mir gerade nicht so sicher naja ist keine lava noch nicht noch nicht kann hier aber nicht so weit weg sind wenn sie schon durch den boden glitscht so jetzt machen wir jetzt mal eben den stein hier schnell auf hier kann auch mal wieder eine fackel hin damit man wieder was sehen und da scheint keine lava zu kommen jetzt sind wir auch schon fast auf der höhe wo wir eigentlich ankommen wollten das reicht eigentlich auch schon vielleicht noch eine etage so hier kommt dann nachher noch ein kleiner hohlraum hin ich würde mal sagen wir platzieren jetzt erstmal hier lauter treppen ich kann mal eben vielleicht hier den cleanstone nehmen so das was ihr eben immer da so sieht so verschwommen das ist der nebel ähm ich hab da zwar schon glaube ich einen mod drauf dass der bisschen geringer wird aber ist halt noch immer da komplett weg kriege ich den irgendwie dann doch nicht also schon deutlich weniger wie eigentlich der fall ist so jetzt müssen wir halt mich hier nur noch ausbessern und dann ist halt ganz so fertig ähm ich glaube da sind das ist jetzt Dschungelholz ne ich denk mal ich bin mir eigentlich ziemlich sicher ja so wir können auch eh mal pennen gehen ist nämlich gerade nacht naja wie gesagt wir updaten wenn 1.5 raus ist im moment habe ich 1.4.5 rauf so der versteckt sich hier schön alles klar soll er machen mir egal wir gehen jetzt wieder in unser lager wie gesagt wir wollten ein paar trepscher mitnehmen ähm was ist das denn Dschungel ne genau so 15 für ein bisschen wenig brauchen wir uns noch ein paar denn mit 15 kommen wir wohl nicht weit ne ne das wird nix irgendwie so können wir jetzt hier noch die nehmen hab ich schon erkannt ein zweites Deck rausgenommen und what the fuck so das sollte reichen hoffe ich mal und dann bauen wir uns jetzt dort mal mit den Treppen ein bisschen runter damit das alles sehr schön aussieht ich bin auch nicht ganz zufrieden mit dem was wir bis jetzt gebaut haben also ich hab jetzt noch keine gebaut wo ich sage das gefällt mir gar nicht das muss ich abreißen zum Glück naja Treppen die verweigern sich grad irgendwie ein bisschen ja mit Treppen habe ich mich eh so ein bisschen die Minecraft-Zeiten-Updates genau weil mir immer das passiert ja zack so hart so hier ist ja nichts gespawnt nein ich bin da irgendwie in letzter Zeit bisschen paranoid so jetzt habe ich ein Träger mit dem Treppen ein bisschen besser raus alles klar so passt halt nicht ganz gut war klar so und das scheint dann doch bei weitem nicht zu reichen ich dachte halt nicht das wird reichen aber äh äh hast dich geschnitten ja nie wobei ah man weiß ja nie doch das sollte halt nicht reichen weil ich hab ja noch ein paar übrig wie wir sehen das denn drei nur ja gut dann wird das wird sehr sehr knapp so hoch 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 irgendwie hochbauen geht besser wie runterbauen hab ich so das Gefühl auch wenn das sehr sehr verwirrend ist boah da wird einem ja kurz übel eh ganz im Ernst jetzt ohne scheiß so äh die kann man ihm beifügen zwölf das ist wie gesagt knapp ooooh ey ihr scheiß kleine Pistreppen ey hier regt mich ja sowas von auf grade so gucken wir einfach auf den Boden dann ist das kein Problem so hat gereicht auf zwei Treppen genau sehr schön jetzt geht's ans ausbesseren weil das muss natürlich auch noch gemacht werden so dafür musst du erstmal direkt raus die Kohle da muss oft weg ich lass jetzt mal die andere Kohle da sein weil Kohle haben nun mehr wie genug und sogar wenn wir mal wieder Kohle brauchen dann brauchen wir eh eh Diamanten, Eisen so ein scheiß da können wir direkt in eine Höhle da finden wir dann mehr wie genug Kohle so der ganze Treck muss weg nein gefällt so ich merke grad wir haben bei weitem nicht genug Stein dann müssen wir noch ein bisschen Stein brennen gehen dann kriegen wir auch noch zu einem gleich Level bei so grad im Hintergrund sehr schöne Musik von KST Beats aber ich denke mal das wissen jetzt mittlerweile die aufmerksamen Zuschauer wahrscheinlich nicht mehr kurz zu erwähnen so hier noch rein und dann wird die Decke ich will jetzt mal eben hier gucken eins, zwei, drei eins, zwei, drei und dann kommt die Treppe alles klar dann brauchen wir jetzt zu einem Mal Treppen aus Cobblestone und zum anderen brauchen wir noch ein bisschen Clean Stone und zum anderen brauchen wir noch ein bisschen Clean Stone also holen wir jetzt mal ein bisschen Kohle ähm Kohle äh so und dann machen wir mal nochmal so das sollte reichen dann machen wir jetzt nochmal zwei Stacks Clean Stone würde ich sagen so so und dann bauen wir uns aus dem Rest von dem Cobblestone ein paar Treppen und dann merke ich grad haben wir doch gar nicht so viel Cobblestone dadurch gewonnen ich hab jetzt eigentlich gedacht wäre ein bisschen mehr und dann brauchen wir auch locker 64 brauchen wir dann nochmal so 30 genau das sollte halt nicht reichen an sich so die können wir jetzt erstmal wegpacken holen wir uns jetzt mal die und die ja genau wollte ich ja nicht so und dann gucken wir mal wie das jetzt klappt so eins, zwei, drei das heißt hier muss er da schon mal weg so da kommt jetzt Cobblestone rein